Heute mal ganz ordentlich unterwegs am Mittwoch. Ja cool, da dürfen nur die Ausländer schwimmen, auf eigenes Risiko für die Dosigen, die Deutsch reden, ist verboten. Ja. 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 da Ja, ist schon schön da. Ja, und jetzt machen wir ein Mikro-Büsse. Ein bisschen Departee-Alma, die fallen auch nicht mehr so schleißig aus. Ja, jetzt weiß ich, dass wir nachher in die Sauna gehen. Wenn's g'scheiter ist, da nicht im Bochenetzel. Ja, wenn's halt so schön ist. Ja, und was bleibt an die alten Hütten noch über? Gar nichts. Nur mehr Luxus-Panzen-Hütten. Ja, endlich mal ein Touren-Varianten-Vorschlag. Wohin? Wie war, für die war keine Hege. Saukein Funkel-Funkel. Grüß'n keine Hege. Grüß'n keine Hege. Grüß'n keine Hege. Grüß'n keine Hege. Bestes Zünglein an der Waage jetzt. Ja, genau. Der Walter. Das tust du doch nicht, Chief, oder? Ja, leider, der hat die Juppe noch nicht reingeholt. Und die Hängematten sind auch gerade nicht zum Betrieb. Ach ja. Aber die Hütten war sonst nicht jemand da. Sau steil ist der Topf. Er läuft da, oder? Na ja, was will ich sonst da? Ja, planmäßig. Planmäßig. Außer manche, wenn Radl fahren gehen. Und dann überlegen sie sich das doch anders. Ja. 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 Quelle, mech. Ja. Ja. Musik 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 Jo, du schaut aus Musik 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 »Berg Heil« »Berg Heil« Bach, »Berg Heil« »Berg Heil« »Berg Heil« »Aufgeschlossen« »Berg Heil« »Wolank wurde deine Hochachtung? »Berg Heil« Benut und einen Schnoppler gibt es »Ja, wunderv Mumbai« Und was haben wir heute? Die besten Reste, die besten Reste. Hervorragend. Ja, mir ist eh ganz schlecht. Prost! Schlechter kann man lieber werden. Ich gestehe aus der Riedeinwohnung auf das, was man war. Was gibt's? Schwarzer. Es ist wahrscheinlich ein Nussener vom Rolli. Aber schon 20 Jahre alt. Du hattest schon giftig. Dann ja drüber trat daheim. Ist es wirklich ein Nussener? Oder Schokolade? Nein, das ist ein Nussener. Nein! Oh Gott! Verschenk dir was, was du gar nicht weißt. Volle Filet ist ja gut. Irgendwie ist ein Nussener, aber doch wieder Schokolade. Ja, irgendwie. Es ist ein durchsichtiger Baileys. Genau. Schmeckt wie ein Baileys. Ich glaube, den habe ich mit Baileys verschenkt. Das ist ein Nussener. Das ist ein Nussener. Das ist ein Nussener. Aber nicht teppert. Das war nur eine ZD-Spektage. Ja, genau. Mann, da schaut mal her. Super! Super! Wooo! Haha! 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 Ja! 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 Ofer! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.